Ex-Bauer-Sucht-Frau-Kandidatin Anna Heiser erntet für ihren neuesten Instagram-Post ordentlich Kritik. Der Grund? Sie steigt in ein Flugzeug, obwohl sie im sechsten Monat schwanger ist. Anna und ihr Mann, Bauer Gerald Heiser, lernten sich bei Bauer-Sucht-Frau kennen und lieben und leben in Namibia. Letztes Jahr erlitt Anna bereits eine Fehlgeburt. Dass sie jetzt noch in den Urlaub reist, können manche Follower nicht verstehen. Auf Instagram postet Anna, Reisen im sechsten Schwangerschaftsmonat. Unter dem Post häufen sich die Hater-Kommentare. Da kann man nur hoffen, dass es durch die Strapazen nicht zu einer Frühgeburt kommt. Sehr leichtsinnig nach der Odyssee, um überhaupt schwanger zu werden, ist zum Beispiel darunter zu lesen. Dabei ist gerade das Reisen im zweiten Schwangerschaftstrimester am sichersten. Die ersten kritischen Monate sind überstanden. Das wird auch Anna wissen, die sich sicherlich vor ihrer Reise das Go ihres Frauenarztes geholt hat, um vor der Geburt noch ein paar erholsame Stunden zu erleben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.